Hallo, mein Name ist Andreas Kemper. Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge der Reihe Haus des Goldes. In dieser Reihe geht es um die Gusser Goldhandel. Das ist eine Firma, die zum Imperium von August von Fink und Familie gehört. Und ich mache diese Reihe, weil es im die Gusser Goldhandel eine Führungsetage mit dem Chefökonom und dem Geschäftsführer, die eine bestimmte Ideologie vertreten. Diese Ideologie empfinde ich persönlich als demokratiefeindlich. Darum ging es in dem ersten Teil des Podcasts, die Gusser Goldhandel und Demokratiefeindlichkeit, wo ich die Ideologie vom Chefökonom Thorsten Polleit, der das Mises-Institut in den Räumlichkeiten vom Stammsitz von die Gusser Goldhandel in München am Promenadenplatz 12 gegründet hat und von der Ideologie von Markus Krall, dem Sprecher der Geschäftsführung von die Gusser Goldhandel, der aktuell die sogenannte Atlas-Initiative gegründet hat, mit der er seine Ideologie umsetzen will, also eine richtige Strömung, eine Bewegung aufbauen will. Und der auch mit Polleit zusammenarbeitet, die haben inzwischen auch ein eigenes Gesprächsformat bei Gusser Goldhandel, das heißt Krall und Polleit direkt, das wird direkt von Gusser Goldhandel beworben, wo sie halt ihre Ideologie zum Besten geben. Und die beziehen sich auf eine Ideologie, die letztlich von Hans-Hermann Hoppe kommt oder von dem sogenannten Mises-Institut Alabama, gegründet von Rothbard, wo dann der Hans-Hermann Hoppe ein Schüler von war, der hat bei Rothbard quasi gelernt und vertritt eben im Mises-Institut Alabama seine Ideologie. Und darum ging es im zweiten Teil der Podcast-Reihe um die Ideologie von Hans-Hermann Hoppe, der sich selber ganz offen als Demokratiefeind bezeichnet. Er will die Demokratie abschaffen, das ist ein ganz klar formuliertes Ziel von ihm. Der will die reine Privatrechtsgesellschaft, in der es keinen Staat mehr gibt, und weil es dann auch keinen Staat mehr gibt, gibt es natürlich eben auch keine Demokratie mehr, sondern nur noch Privateigentum, nur noch Privatfirmen mit Privatknästen, mit Privatpolizei und so weiter. Das ist halt die Ideologie von Hans-Hermann Hoppe. Die ist gleichzeitig noch sehr klassistisch. Der spricht dann von Arbeitslosen als Parasitenklasse. Sie ist aber auch sehr rassistisch. Darum ging es dann in dem dritten Teil, beziehungsweise im ersten Teil vom dritten Teil, weil jetzt gehe ich nämlich ein auf die Kontinuitäten vom Nationalsozialismus. Und da gibt es drei Teile. Der erste Teil, da geht es wieder um Hoppe. Der ist nämlich nicht nur klassistisch, im Sinne von, dass er eben Arbeitslose abwertet, sondern der ist auch rassistisch. Der wird vertritt eine bestimmte Rassenbiologie, die im Nationalsozialismus sehr stark gefördert wurde und auch im Nationalsozialismus auch nochmal Strukturen erhielt und so weiter, die heute noch wirkmächtig sind. Das war der erste Teil vom dritten Teil von den Kontinuitäten des Nationalsozialismus. Heute wird es um August von Fink Senior gehen. August von Fink Senior ist der Vater von August von Fink Junior und August von Fink Junior hat die Güsser Goldhandel gegründet. August von Fink Senior ist auch wiederum ein Sohn von jemandem, der das Ganze aufgebaut hat, nämlich von Wilhelm von Fink. Gut, darum wird es heute gehen. Wie hat sich eigentlich August von Fink im Nationalsozialismus verhalten? War er im Widerstand oder war er Mitläufer oder hat er vielleicht sogar noch mehr kooperiert? Das ist heute Thema. In einem dritten Teil zum Thema Kontinuitäten aus dem Nationalsozialismus wird es um die Güsser gehen. Und zwar ist die Güsser, also die jetzige Firma, die Güsser Goldhandel, nicht direkt die Firma, die es auch schon in den 30er, 40er Jahren gegeben hat, sondern August von Fink hat den Namen die Güsser gekauft, hat dafür 2 Millionen Euro hingeblättert. Und der Name die Güsser, der ist entstanden 1943 als Akronym von Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt. Die Güsser. Und zwar ist die Güsser Goldhandel nicht der rechtliche Nachfolger von der Deutschen Gold- und Silberscheideanstalt, aber August von Fink hat sich ja quasi freiwillig in die Tradition gestellt, indem er halt für den guten Namen die Güsser 2 Millionen Euro hingeblättert hat. Deswegen werde ich auch nochmal darauf eingehen, wie hat sich eigentlich die Güsser im Nationalsozialismus verhalten? Gut, aber das ist der dritte Teil, der folgt demnächst. Jetzt geht es um den zweiten Teil, um August von Fink Senior, wie er sich halt im Nationalsozialismus verhalten hat, beziehungsweise wie seine Firmen, wo er Aufsichtsrat-Vorsitzender war, oder auch seine Firma Merck, Fink & Co., wie die sich halt im Nationalsozialismus verhalten haben und wie es danach weiterging. Gut, das ist unterteilt in verschiedene Abschnitte. Und zwar werde ich zunächst eingehen auf die Allianz Versicherungs AG, die mitgegründet wurde von dem Vater von August von Fink Senior von Wilhelm von Fink. Dann werde ich eingehen konkret auf die Frage, wie August von Fink sich im Nationalsozialismus verhalten hat, wie sich Allianz-Mitarbeiter verhalten haben im Nationalsozialismus. Dann in einem weiteren Verlauf werde ich dann auf die sogenannten Arisierung eingehen. Was heißt Arisierung und so weiter? Wie hat sich da Fink und seine Firmen, wie haben sich die dazu verhalten? Und in einem letzten Teil werde ich dann auf die Frage eingehen, wie ging das weiter nach dem Nationalsozialismus? Gut, okay, dann fange ich jetzt an. Ich muss weit zurück in die Geschichte. Und zwar war der Großvater von August von Fink Junior quasi der Firmengründer. Das war Wilhelm Fink, bürgerlich, also kam nicht aus dem Adel, ist aber dann später geadelt worden, dann sogar Erbadel. Deswegen dürfen sich seine Nachfahren auch von nennen, von Fink. Und zwar ist er damals eingestiegen in die Bank Merck & Co. Und die Bank wurde dann später umbenannt in Merck, Fink & Co. und Wilhelm Fink hat sich quasi ganz nach oben gearbeitet und irgendwann war es seine Firma, seine Bank. Das war noch im 19. Jahrhundert und er hat dann angefangen, sehr breit sein Vermögen aufzubauen und unter anderem war er daran beteiligt, eine der ersten Rückversicherungsfirmen zu gründen. Rückversicherung, das ist etwas anderes als Privatversicherung. Man kann diese beiden Versicherungstypen unterscheiden. Eigentlich kennen wir Privatversicherung. Allianz zum Beispiel ist eine Privatversicherung, wo dann Leute sich selber versichern können und im Schadensfall wird in Geld ausgezahlt. Oder Firmen können sich da auch versichern. Aber diese Privatversicherung, die haben auch wiederum Versicherungen, die dann greifen, wenn die Privatversicherungen genügend Mittel haben. Das sind quasi die Versicherungen hinter den Versicherungen. Und so eine Versicherung hat damals der Wilhelm Fink aufgebaut. Das nannte sich die Münchner Rückversicherung oder kurz die Münchner Rück. Rück für Rückversicherung für die Privatversicherung. Im Laufe der Zeit hat er dann noch angefangen, auch eine Privatversicherung mit aufzubauen, nämlich die Allianzversicherung AG. Daran war er beteiligt. Bei der Gründung war er beteiligt, aber auch am Besitz ist er quasi auch beteiligt. So, und diese Allianzversicherung, die war dann später wichtig im Nationalsozialismus. Aber bevor es zum Nationalsozialismus kam, wurde die Allianzversicherung immer mächtiger. Die hat sich dann irgendwann entwickelt, nicht nur zur größten deutschen, sondern zur größten europäischen Versicherung. Mit den ganzen Versicherungen, die dazugehören, Lebensversicherung und so weiter. Gut. Einer der Chefs der Allianzversicherung, der Generaldirektor damals der Allianzversicherung, war Kurt Schmidt. Kurt Schmidt, als Generaldirektor der Allianzversicherung, hat dann schon sehr früh, schon in 30er Jahren, in frühen 30er Jahren angefangen, mit der NSDAP zu liebäugeln. Hat ja sich halt mit Hermann Göring getroffen. Und es gab damals auch bereits im Völkischen Beobachter, also in dem NSDAP-Blatt, was sich sehr deutlich antisemitisch geäußert hat und rassenbiologisch geäußert hat, in dem Völkischen Beobachter gab es dann schon am 3. Juni 1930 und am 11. November 1930 Allianz-Anzeigen. Das heißt, die Allianz hat dann quasi schon über die Anzeigen den Völkischen Beobachter mitfinanziert. Und das war nicht üblich. Es war 1930 war es nicht so, dass die ganzen Firmen, die ganze Großindustrie bereits Hitler unterstützt hat. Da ist die Allianz quasi vorgeprescht. Noch deutlicher wurde das 1931. Und zwar sah es 1931 so aus, dass Hitler Angst hatte davor, dass es innerhalb seiner rechten Bewegung einen Putsch gibt, der dann wiederum zu einem Putsch von den Linken führt. Und das wollte er vermeiden. Er wollte halt das dadurch vermeiden, dass er eine sehr starke SA hat, weil es lief ja gut für ihn. Er hat ja gedacht, okay, wenn das jetzt so weiterläuft, dann werde ich halt Führer, womit er auch recht hatte. Er hatte aber Angst vor einem Putsch und hat deswegen dann ein Privatgespräch geführt mit Kurt Schmidt als Generaldirektor der Allianz und mit August von Fink, dem die Allianz zum Großteil gehörte und der auch deswegen Aufsichtsratvorsitzender war von der Allianzversicherung. Und mit den beiden hat er ein Privatgespräch geführt und wollte von den beiden, dass sie ihm 5 Millionen Reichsmark geben. In dem Fall, dass es zu einem Putsch kommen könnte, also wenn absehbar wäre, okay, jetzt gibt es hier wirklich einen Putsch, um dann mit den 5 Millionen Reichsmark die SA militärisch aufzurüsten. Das haben die beiden zugesagt, Kurt Schmidt und August von Fink. Das war 1931, also noch zwei Jahre, noch weit, also noch mehr als zwei Jahre vor der Machtergreifung der Nazis. Es blieb allerdings nicht bei diesem einem Treffen, sondern es gab dann noch dieses große, berüchtigte Geheimtreffen der deutschen Industrie mit den Nazis, mit Hitler. Und zwar hat dieses Geheimtreffen am 20. Februar 1933 stattgefunden und Hitler hat da eine 90-minütige Rede gehalten. Er hat alle 30 oder circa 30 geladene Gäste persönlich empfangen. Das waren alles Vertreter der Industrie, der Großunternehmen in Deutschland und hat dann gesagt, dass er für seinen Wahlkampf ungefähr 3 Millionen Reichsmark benötigt und hat dann auch versprochen, dass wenn er die Wahl gewinnt, dann wird es auch die letzte Wahl gewesen sein. Zu dem Zeitpunkt war es dann allerdings so, dass August von Fink und Kurt Schmidt, die waren beide da, gehörten zu diesen 30 Leuten, aber August von Fink hat sich rausgeschlichen, er ist vorher gegangen, der hat das quasi nicht unterzeichnet, der hat nicht selber gespendet. Dazu muss man allerdings wissen, dass August von Fink so charakterisiert worden ist, wie man sich heute Dagobert Duck vorstellt. Also als jemand, der einerseits Millionär war, einerseits unglaublich viel Geld hat, andererseits immer versucht hat, auch nur den kleinsten Betrag zu sparen, also nicht jetzt groß mit dem Geld um sich zu werfen. Das war kein Lebemann in dem Sinne, sondern der war sehr, sehr knauserig. Es gibt da Anekdoten, dass er sogar bei S-Bahnfahrten bewusst schwarz gefahren ist, um halt nicht Geld für die Straßenbahnfahrt bezahlen zu müssen. Ja, und in diesem Sinne kann man sich auch vorstellen, dass August von Fink keine Lust hatte, Geld zu spenden an einer Gruppierung, egal welcher Art, um die dann voranzubringen. Dennoch hat es 10.000 Reichsmark gegeben von Kurt Schmidt, also von dem Generaldirektor, wo dann ein Drittel auch noch aus der Münchner Rück finanziert wurde, also aus der Rückversicherungsgesellschaft. Aber 10.000 Reichsmark ist halt nicht viel, wenn man sich vorstellt, wie viele Millionen damals die Allianz und die Rückversicherung und so weiter geschäffelt haben. Gut, der Kurt Schmidt, also bei ihm kann man das dann auch als Investition sehen, und zwar kam er, Kurt Schmidt und dann auch August von Fink, sind in die NSDAP eingetreten. Als es halt dann zum Machtwechsel kam, zur Ermächtigung kam von den Nazis, sind die in die NSDAP eingetreten. Und Kurt Schmidt hatte immer noch ein gutes Verhältnis zu Hermann Göring. Und Hermann Göring hat dann vorgeschlagen, dass Kurt Schmidt doch Reichsminister werden sollte vom Deutschen Reich. Und nach den Buchpublikationen, die mir vorliegen, ist es halt so, dass dann August von Fink ihm auch zugeredet hat, dass er das machen soll, dass er tatsächlich Reichsminister werden soll. Und das ist dann auch passiert. Also der Kurt Schmidt wurde dann Reichsminister unter Hitler. Ja, das war 1933. Zwei Jahre lang war er Reichsminister. Ich hatte am Anfang gesagt, bei die Gusser Goldhandel, in den Räumlichkeiten von die Gusser Goldhandel, gibt es dieses Mises-Institut. Und dieses Mises-Institut, die veröffentlichen auch Artikel. Und zu diesen Artikeln gehört immer wieder die Aussage, jetzt ganz aktuell auch, der Nationalsozialismus sei ein Sozialismus. Das sind, die sind alle, stecken alle unter einer Decke. Also die braunen Sozialisten und die roten Sozialisten, das sind alles Sozialisten, das sind alles Kollektivisten. Die wollen ungefähr das Gleiche. Die einen irgendwie dann so rassenbiologisch, die anderen irgendwie anders. Das sind alles Sozialisten. Aber wenn man sich klar macht, dass das Mises-Institut bei die Gusser Goldhandel angesiedelt ist und die Gusser Goldhandel August von Fink Jr. gehört und der Generaldirektor der Allianz von 1933 bis 1935 der Wirtschaftsminister war im Nationalsozialismus, dann ist halt klar, dass das eben kein Sozialismus war, sondern dass es halt sehr nah dran war an der Firmenideologie der Allianz damals. Und die Allianz hat auch direkt den Nationalismus abgefeiert. Die haben am 20. April 1933 zum Beispiel die Arbeit inner gehalten. Das war der Geburtstag von Adolf Hitler. Haben halt die Arbeit niedergelegt und haben dann gemeinsam den Geburtstag von Hitler gefeiert. Das war die Allianz 1933. Und das war ohne Druck. Das musste man nicht zu der Zeit. Das war freiwillig. So, Kurt Schmidt. Aber es war eben nicht nur Kurt Schmidt, sondern auch der August von Fink war da sehr aktiv. Er ist ja auch direkt Mitglied geworden in der NSDAP. Aber nicht nur das. Er wurde dann auch direkt 1933 Mitglied des Generalstabs der Wirtschaft. Von wegen Nationalsozialismus ist Sozialismus. August von Fink war kein Sozialist. Weder vorher noch während des Nationalsozialismus noch später. So, das war kein Sozialist. Dann wurde er 1933 Senator der Deutschen Akademie. 1933 im selben Jahr wurde er dann noch Präsidiumsmitglied der Akademie für deutsches Recht. Und wie gesagt, er hat nicht selber jetzt großartig gespendet für die NSDAP. Da war er wahrscheinlich zu geizig. Aber das hat ihn nicht davon abgehalten, Geld zu sammeln für Projekte der NSDAP. Zum Beispiel war er Kuratoriumsmitglied des Hauses der Deutschen Kunst. Das war so ein Lieblingsprojekt von Adolf Hitler, das Haus der Deutschen Kunst. Und hat dann Spenden gesammelt für das Haus der Deutschen Kunst. Und dann gab es, gibt es so, man sieht dann so Bilder, wo dann so die ganzen Soldaten spalierstehen mit Hakenkreuz-Emblemen. Und Hitler marschiert er auf und mit zusammen an seiner Seite dann August von Fink. Zur Einweihung des Hauses der Deutschen Kunst im Nationalsozialismus. So ein typisch klassizistischer Nazi-Bau, der da dann mit den von August von Fink gesammelten Geldern ermöglicht wurde. August von Fink sammelte auch Bänden für den Geburtstag von Hermann Göring. Auch da wurden dann sechsstellige Summen zusammengesammelt, um den Geburtstag zu feiern von Hermann Göring. Und das zeigt, es war nicht einfach nur so, dass August von Fink an der Seite stand und gedacht hat, okay, hoffentlich geht das alles irgendwie an uns vorbei, sondern der war da wirklich aktiv, auch wenn er selber nicht gespendet hat. Das war allerdings dann auch wiederum, wurde positiv gesehen von den Nazis. Es wurde dann gesagt, es als einen nicht zu unterschätzenden Propaganda-Effekt hat, wenn August von Fink sich halt so engagiert für den Nationalsozialismus. Und es wurde dann auch nochmal, hat sich dann auch nochmal niedergeschlagen in einem Profit für August von Fink. Und zwar konnte dann die Bank von August von Fink 1938 die J. Dreifuß und Co. Bank schlucken. Die gehörte einem jüdischen Unternehmer. Und jetzt sind wir bei den Arisierungen. Der Begriff Arisierung geht zurück auf die Rassenbiologie der Nazis, auf die Rassenideologie der Nazis, die die Welt unterteilt haben in verschiedene Rassen. Unter anderem die arische Rasse, das ist so die nordische Rasse, die Blonden und Blauäugigen. Und die hatten so eine Art Gegenrasse, das war das Judentum. Und die beiden Rassen waren antagonistisch. Und Arisierung heißt dann, dass das Eigentum der entrechteten und ermordeten Juden und Jüdinnen in das Eigentum von sogenannten Ariern überging. Das war eine Haushaltsauflösung von verfolgten Juden und Jüdinnen. Aber das ging auch, bei Großunternehmen war es dann genauso. Es gab auch Banken, die arisiert wurden. Und zu diesen Arisierern gehörte dann auch August von Fink. Und zwar gab es 1938 die Arisierung der J. Dreifuß und Co. Bank. Die wurde geschluckt von der Bank von August von Fink. Die haben dann einfach Bilanzüberschuss überwiesen und haben dann die Bank übernommen, die Drei-Fuß-Bank. Als dann 1939 Österreich in Anführungszeichen angeschlossen wurde an das Deutsche Reich, Heimensreich, ging es halt den jüdischen Banken in Österreich auch an den Kragen. Natürlich auch den Menschen, den Juden und Jüdinnen. Und zwar wurde da die SM von Rothschild Bank geschluckt. Also auch die wurde übernommen von Fink. Hinzu kam dann noch, dass auch ein Aktienpaket 1939 von dem Bankhaus Mendelssohn und Co. übernommen wurde. 4,2 Millionen Reichsmark wurde dann auch von August von Fink übernommen. Das heißt, eine ganze Reihe von Banken und von Aktienpaketen wurde von dem, in Anführungszeichen, ARIOR August von Fink übernommen. Der hat quasi direkt davon profitiert, dass die Juden im Deutschen Reich verfolgt und ermordet wurden. Man könnte dann meinen, okay, als dann der Weltkrieg vorbei war, als dann Deutschland befreit wurde, von den Nazis befreit wurde und die Alliierten das Sagen hatten, dass da dann genau geguckt wurde, wer hat jetzt eigentlich mit dazu beigetragen. Und vom Gerechtigkeitsansatz muss man einfach sagen, okay, wenn halt die kleineren Leute drankommen, wenn die halt bestraft werden für die Taten, die sie gemacht haben im Nationalsozialismus, für ihre Unterstützung des Nationalsozialismus, dann müssen natürlich auch die Reichen, die das Ganze vorangetrieben haben, bestraft werden. Die Minister und die, die halt von den Arrisierungen profitiert haben, die hätten eigentlich auch bestraft werden müssen. Tatsächlich war es aber so, dass August von Fink zwar zunächst eingestuft wurde in die Kategorie 2, das war die schlimmste Kategorie, war Kategorie 1, er wurde dann in die Kategorie 2 eingestuft. In den Prozessen wurde er dann aber in die Stufe 3 und dann schließlich in die Stufe 4, wo er dann nur noch Mitläufer war, eingestuft. Ich habe vom Spiegel da ein Zitat. Im Spiegel hieß es damals, Zitat, Doch am 27. Dezember 1948, als Fink vor die Münchner Spruchkammer trat, geschah ein Wunder. Zeugen, die geladen worden waren, um zu seinen Ungunsten auszusagen, erschienen nicht. Ein Versicherungsmann, der ihn bei den Amerikanern so denunziert hatte, dass es selbst die Fink-Feinde anwiderte, wandte sich, es müsse sich um entsetzliche Missverständnisse, Irrtümer, Hörfehler handeln. Die in Anführungszeichen belastende Korrespondenz war nicht bei den Akten. Wohl aber pressten sich Männer und Frauen in den Verhandlungsraum, die nur Gutes über den Bankier zu sagen hatten. Den Spiegelartikel, den verlinke ich euch unten, den könnt ihr selber dann nachlesen, der kann man einfach aufrufen. Da ist dann die Rede davon, dass jemand plötzlich von den Zeugen hatte, plötzlich jemand 500.000 Mark auf dem Konto oder jemand anders galt als homosexuell. Der hat dann plötzlich auch nicht mehr ausgesagt. Ja, also da gibt es, das kann man da dann genauer lesen. Er musste dann tatsächlich, er wurde dann verdonnert, 1000 Mark zu bezahlen. Also der Milliardär, August von Fink, musste 1000 Mark bezahlen. Das ist ein Millionstel von dem, was er besitzt, besaß. Aber August von Fink konnte sich dann auf ein Knieleiden beziehen, was er sich im Ersten Weltkrieg zugezogen hat und musste dann auch diese 1000 Mark nicht bezahlen. Das heißt, er hat gar nichts bezahlt. Dann zum Besitz. August von Fink hat ja nicht nur Bankenbesitz gehabt. Der wurde dann auch wieder halt hergestellt nach und nach, sondern er hatte auch Besitz an Land. Und es gab damals ein Gesetz, das ein Großteil des Landbesitzes überführt werden musste. Für August von Fink waren das dann sehr wohlwollend 575 Hektar. Von diesen 575 Hektar wurden es dann ganz schnell nur noch 300 Hektar. Und auch von diesen 300 Hektar wurde nach und nach immer wieder das weniger, was er dann halt an den Staat abgeben musste. Sodass zum Schluss nur noch ein Bruchteil von dem da war, was er abgeben musste. Dazu gibt es einen ganz spannenden Panorama-Beitrag. Auch den Panorama-Beitrag, den verlinke ich euch. Das könnt ihr euch dann auch nochmal in Ruhe anhören. Das heißt, August von Fink war direkt involviert im Nationalsozialismus. Ein Generaldirektor war Reichsminister. Und August von Fink hat von den Arrisierungen profitiert. Ihm ging es ganz gut. Er war dann nach dem Zweiten Weltkrieg von den 50er Jahren bis in den 70er Jahren hinein der reichste Deutsche. Ja, und das ist halt die Geschichte, die man halt auch sonst von anderen Industriellen kennt. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden sie halt nicht wirklich entnazifiziert. Es wurde nicht wirklich aufgearbeitet. Es wurden nicht wirklich Reparationen bezahlt. Genau, und da ist August von Fink auch jemand, den ich da einreihen würde. Soviel halt zu dem Thema August von Fink und Verstrickung im Nationalsozialismus. Das Ganze, wie gesagt, wenn euch das interessiert, wäre es angesagt, da auch zu lesen. Ich gebe jetzt nur einen kurzen Überblick, weil das Thema heißt ja nicht letztlich hier Geschichtsstunde August von Fink, sondern das Thema heißt die Gosser Goldhandel heute. Was ist heute die Gosser Goldhandel? Wie treten die demokratiefeindlich auf? Dazu gehört dann aber auch die Geschichte, die mit dem Nationalsozialismus zu tun hat, hier nochmal aufzudröseln, um klarzumachen, hier das hat auch eine Tradition, das Ganze. Und beim nächsten Podcast wird es dann um die Gosser gehen. Da wird es direkt um Auschwitz gehen und um Vergasung. Okay, ja, ich freue mich, dass ihr so lange durchgehalten habt und würde mich auch freuen, wenn ihr das Ganze teilt und euch auch die ersten Teile anhört. Die sind konkreter, da geht es um die Sachen, die heute passieren. Und wünsche euch noch einen schönen Tag. Danke.